Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute bin ich ja erstmal ungeschminkt, das heißt wir machen ein Get Ready With Me, Style & Talk, irgendwie sowas, ein Schminkvideo. Vor allem wird hier von Catrice die Nude Peony Palette zum Einsatz kommen. Und noch ganz viele andere neue Produkte, die sich hier so durch Geburtstagsgeschenke und kürzliche DM-Einkäufe angesammelt haben. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist warm und deswegen brauche ich einen entsprechenden Primer. Da habe ich von Essence den You Better Work Gym Proof Primer, Sweat Proof, mit Sonnenschutzfaktor 20, ein bisschen wenig, aber da kriegen wir hin. Und ein Instant Blur Effekt. Den habe ich mir tatsächlich auch letztes Jahr schon gekauft und dieses Jahr kam dann ja auch die komplette LE damit raus. Finde ich sehr interessant. Der kommt halt so türkisblau, ne, das sieht ziemlich witzig aus. Ja, wir gucken mal, ob das jetzt an Primer reicht. Riecht sehr frisch, zieht schnell ein, ist auch von der Textur her sehr cremig, aber trocken cremig, hört sich doof an, ne, aber so meine ich das halt. Also das ist nicht so, als könnte ich den jetzt viel verschieben, sondern du trägst den dir auf und der zieht halt relativ direkt ein. Ja, den finde ich ganz okay, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken und ich finde, dass er auch so ein bisschen dieses, ja, Schwitzen abwendet, ne. Irgendwie passt der Haarreif echt zum Outfit, ne. Also ich habe ja auch eine Blume im Haar, ich habe mein rosafarbenes Top und ich trage ein blaues Röckchen. Also alles heute so im Nude-Style, nicht Nude, im pastelligen Style so. Genau, äh, ja, die Frau redet und redet mal wieder und macht nix. Dann habe ich hier von Trended Up den Expert Eye Brightener in einem Trash-Paket gehabt, den wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren und den trage ich jetzt quasi über meinen Primer einfach unten unter meine Augen auf. Auch der wieder blau. Alles heute farblich passend. Schauen wir mal, ob der irgendwas macht. Der fühlt sich sehr, sehr trocken an. Also das ist sehr merkwürdig und hat jetzt irgendwie, hat der einen Effekt, ob das jetzt einen Effekt gegeben hat, ein bisschen, ne. Mal schauen, wie der sich verhält, wenn der Concealer drüber kommt, da bin ich sehr gespannt. So, aber wir geben erstmal eine Foundation drüber, da habe ich jetzt hier in meinem Probenprojekt für diesen Monat von Benefit die Hello Happy Soft Blur Foundation in der Farbe 2. Das ist ja eine kleine 6ml Probe und die wird jetzt benutzt. Selbst die Probe hat so einen coolen Applikator. Das finde ich ja großartig. Trage ich mir dann erstmal wie Schnurrbarthaare auf. Und verteile ich mir mit meinen Händen. Oh, die riecht schon mal ganz gut. Scheint farblich auch wohl ganz gut zu passen. Ja, blende ich mir mal mit meinem Real Techniques Beauty Shampoo ein. Das ist mein Hautton, Leute. Gefällt mir richtig gut. Ich muss das nochmal von nahem angucken, weil ich gerade so von der Ferne das richtig toll finde. So, jetzt können wir uns mal die erste Schicht von nahem angucken. Ich finde, dass es sehr schön aussieht. Also es hat noch so einen leichten Glow mit drin. Das sieht sehr, sehr schön aus. Die Haut passt, also die Hautfarbe und die Foundationfarbe passen sehr gut zusammen. Dieser Glow, den finde ich echt schön. Ja, wirklich. Also hier in der Nase, okay, da habe ich halt ein paar Trockenheitsprobleme zu. Und habe ich eben gepielt. Kann die Foundation jetzt nichts für. Das ist einfach so. Die kriege ich auch nicht so einfach weg. Ich versuche jetzt nochmal so ein bisschen die Foundation aufzubauen. Ich finde jetzt gerade hier so an dieser Stelle, da möchte ich gerne ein bisschen noch aufbauen. Aber, oh, ist das ein schönes Gefühl. Das ist schön. Wow. Oh mein Gott, ist die Foundation schön, oder? Mir gefällt die gerade so enorm gut. Boah. Krasses Teil. Ja, schön, dass ich hier mal die Probe so ein bisschen austeste. Da habe ich auch noch ein bisschen länger was von. Richtig cool. Nehmen wir uns einen Concealer. Da habe ich hier von Catrice den, ups, den Retouch Light Reflecting Concealer. Der soll hydratisieren und toll sein und, und, und. Kommt hier mit so einem Bürstchen, wo man drehen muss. Das finde ich eigentlich immer doof. Das mag ich nicht. Ich mag Puffeldinger, aber dieses hier mag ich eigentlich nicht so gerne. Aber gut. Ach so, welche Farbe ist das eigentlich, ne? Das ist eine gute Frage. Das ist die Farbe 010 Ivory. Und den gebe ich mir mal unter die Augen. Fühlt sich sehr, sehr trocken an jetzt im Auftrag. Sehr, äh, trocken. Fest von der Konsistenz her. Und den blenden wir doch jetzt auch mal ein. Wirklich deckend ist der nicht. Vielleicht aber schon so ein bisschen Leuchtkraft. Wäre jetzt aber nicht mein Favorisierter. Weil ich finde, dass der sehr fleckig wirkt. Und halt durch die Konsistenz, ne? Das gefällt mir nicht so gut. Da habe ich schon andere, die mir besser gefallen. Aber ich muss mal gucken, wie er sich verhält. Ob er in die Feld hinkriecht. Kann ich jetzt ja auf den ersten Blick nicht so gut sagen. Hier brauche ich noch ein bisschen mehr. Und hier. Der legt sich so richtig auf die Haut. Das ist irgendwie schon ein bisschen schwierig. Ich möchte aber noch hier unten so ein bisschen was abdecken. Der deckt auch nicht so gut. Also ich habe hier halt immer noch die Rötung, ne? Das ist, das sieht man halt immer noch. Dann die Nase. Da gebe ich immer gerne auch noch ein bisschen Concealer drauf. Der liegt halt mehr auf der Haut, als dass er irgendwie sich mit der Haut verbindet, ne? Das ärgert mich ein klein wenig. Aber wir kriegen das hin. Also bislang nicht ganz so begeistert. Genauso wie von dem Under Eye Brightener von Trended Up. Setten wir das Ganze mit meinem Manakadar Puder. Ich finde, heute habe ich meinen Hautton doch echt ganz gut getroffen. Mit den ganzen Base-Produkten, oder? Das sieht schon mal ganz gut aus. Und ich muss halt echt sagen, bei dem Puder, das rettet wirklich alles, ne? Das macht alles dann wirklich nochmal ein Stück weit smoother und schöner und ebenmäßiger. Und ach, gutes Puder. Wirklich gutes Puder. Als Lidschatten Primer verwende ich von Too Faced die Shadow Endurance 24 Plus Hour Anti-Crease Eyeshadow Primer. Das hatte ich mal mit dabei, als ich mir was von Too Faced gekauft habe. Da war das in einem Set mit dabei. Und der kommt auf mein Augenlid. Da kommt viel raus und wird verteilt. Hier haben wir die Nude Peony Lidschattenpalette von Catrice. Das ist, genauso wie die Orchid Dusk Palette, eine Online-Exclusive-Palette. Folie entfernen. Das sind 18 wunderschöne Farben. Press Pigments Palette heißt die auch. Ja, und sie hat einen schönen Spiegel mit dabei. Die Farben haben alle keine Namen, aber ich zeige euch einfach, was ich hier so in meinem Gesicht treibe. Da fällt mir doch ein, wir hätten hier auch einen Base-Ton oder einen cremigen Lidschattenprimer gehabt. Ich gucke mal, vielleicht mache ich den jetzt einfach mal so ein bisschen drüber mit dem Finger. Das ist so ein ganz normaler, hautfarbener Ton. Und der ist halt sehr, sehr fest. Aber ich denke, dass er die Lidschatten dann auch wirklich halten wird. Ich kann mir den auch gut vorstellen, dass wenn man sich eine Cut-Crease zieht oder so, dass der dann quasi nochmal die Schimmertöne entsprechend halten wird. Schon cool, dass sowas mit in der Palette ist. Da haben die sich echt was überlegt, ne? Eine richtig klebrige Basis schaffst du dadurch. Also das ist schon cool. Deckt auch noch ein bisschen was ab. Die Base wird mit diesem hellen Cremeton gesettet. Dann nehmen wir diesen Ton und setzen uns den grob in die Lidfalte. Bei mir etwas höher, aufgrund von einem Schlupflid. Ja, ich möchte so einen rosy-cozy-Look heute schminken. Ich glaube, dafür bietet sich die Palette auch sehr gut an. Dann nehmen wir diesen mattenton und geben den zur Verstärkung der Lidfalte nochmal rein. Der hat einen ganz leichten Schimmer drin. Also ich muss schon sagen, dass mir die Pigmentierung von der Palette wirklich gut gefällt. Der Spiegel ist auch schön, der verzehrt nicht und man kann es sehr, sehr gut sehen. Und ja, ich komme damit sehr, sehr gut klar. Normalerweise bin ich ja, ist es kurz oder weitsichtig? Ich kann das, was in der Ferne ist, nicht so gut sehen. Genau und deswegen bietet sich das an, dass man auch einen schönen Spiegel hat, wo man auch alles sehen kann. Dann nehme ich mir mit einem Smudger-Pinsel diese Farbe. Wie schön die funkelt, ne? Ich riecht dich stark rein und presse mir den aufs komplette bewegliche Lid. Und das geht mit dem Finger deutlich besser. Mit dem gehe ich hier in dieses dunkle, weinrot schimmernde. Den gebe ich mir auf jeden Fall hier außen hin. Der Finger greift deutlich mehr Farbe auf und dann gebe ich mir den hier außen hin. Der schimmert schön. Das gefällt mir. Und nach innen hin gebe ich mir diesen Ton. Das ist auch einer, der so, ja, noch weitere grobe Pigmente mit drin hat. Wenn man aber mit dem Finger durchgeht, verbindet sich alles total schön und schimmert in so einem schönen Rosa. Und das gebe ich mir doch einfach mal in den Innenwinkel. Ja, sieht ganz okay aus. Haut mich jetzt aber nicht vom Hocker, muss ich gestehen. Und diesen goldenen Ton, den ich hier habe, den gebe ich mir als Topper einfach auf die Mitte. Der sieht ganz gut aus. Das harmoniert doch ganz gut. Das gefällt mir wohl. Wir haben kein Fallout. Das ist schon mal ganz cool. Ja, mit diesem Ton von eben, mit dem ich die Base auch gesettet habe, verblende ich mal eben nach oben hin so ein bisschen die Kanten. Und für unter meinem Auge nehme ich diese Farbe und setze mir die einfach dorthin. Presse mir die dort richtig an und ziehe die auch nur bis zur Hälfte. Erinnert mich sehr an den Look, den ich auch mit der Orgy Dusk Palette geschminkt habe. Und ich versuche mal, ob ich hier den Ton tatsächlich auf die innere Hälfte meines Augen- und unteren Wimpern-Kratzes geben kann. Ja, das geht. Ne? Ich setze mir jetzt mal ein Inner Corner Highlight. Das ist alles sehr rosa. Diese Farbe nehme ich jetzt auch als Inner Corner Highlight. Das ist mir doch ein bisschen zu rot, ne? Das sieht dann auch ein bisschen kränklich aus. Ich weiß nicht, wie mir das dann gleich gefällt. Vielleicht mache ich da gleich noch den normalen Highlighter auch drüber. Mal schauen. Also so gefällt mir das jetzt nicht unbedingt, weil es halt dann wirklich nach kranken Augen aussieht. Das brauche ich nicht unbedingt. So, das war es aber auch erstmal mit dieser Palette. Was sage ich zu der Palette? Ich kann sie bedingt empfehlen. Wenn du noch nicht die Orgy Dusk Palette hast oder eine, die halt so wirklich sich auf die rosa Farben konzentriert, ist das auf jeden Fall mal eine schöne Geschichte, sich die anzuschauen. Ist jetzt aber nicht unbedingt ein Must-Have. Ich finde, dass sie schön ist, ja. Dass sie sich schön verarbeiten lässt, ja. Aber ist jetzt nicht das Nonplusultra. Für meine Augenbrauen verwende ich wieder den Augenbrauenstift von Catrice Cosmetics, den Eyebrow Stylist in der Farbe Date with Ashton. Und zum Fixieren meiner Augenbrauen verwende ich den Benefit 24 Hours Brow Setter. Das ist diese mega süße Zauberstab-Gel-Morbet-Gedöns. So, dann müssen wir jetzt mal die Base zu Ende machen. Da nehme ich als allererstes den Bronzer von Physicians Formula Nude Wear. Der hat schon einen leichten Schimmer auch mit drin. Und damit wärme ich mein Gesicht jetzt einfach mal auf. Also diesen Bronzer mag ich ehrlich gesagt nicht so gern. Und ich denke, dass ich den auch jetzt in diesem Video aussortieren werde. Ich finde den zu gelbstichig für mich. Und, ähm, auch sonst zu leicht, ne. Und ich bin schon dunkel. Also mein Favorit ist es definitiv nicht. Nö, kommt in meine Aussortiert-Kiste. Bringen wir ein bisschen Röte in mein Gesicht mit dem L'Oreal Paris Melondola Baby Blush. Den habe ich jetzt sehr neu gekauft. Und da bin ich ganz gespannt drauf, weil der echt teuer war. Riecht auch ganz leicht nach Melone. Hat hier auch so Melonen eingeprägt. Der ist wirklich sehr natürlich. Doch, aber der lässt sich aufbauen. Und wenn man den aufbaut, ist der toll. Ui, der ist schön. Der gefällt mir gut. Macht leicht und ganz, ganz, ganz dezent. Aber schön. Also das passt zu meinem Hautton sehr, sehr gut. Und der lässt sich auch schön aufbauen, wenn man den etwas stärker haben will. Aber damit kannst du dich jetzt nicht overblushen oder so. Das sieht schon cool aus. Ist eine passende Farbe. Doch, der gefällt mir. Der ist toll. Der bleibt definitiv. Fixieren wir mich mal mit dem Revolution Sport Fix Fixing Spray. Was stinkt, aber wirkt. Als Eyeliner verwende ich von Trended Up den Ultra Shine Eyeliner Pen in Waterproof. Der hat eine schöne spitze Filzstifte. Spitze. Filzstift Spitze. Das hat gut funktioniert heute. Ein good Eyeliner Day. So, Mascara. Eikonista von Catrice. Die habe ich mir in meinem Kosmetikverlässeinkauf gegönnt. Ein mini, 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 mini Bürstchen mit Gummiborsten. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich finde die wohl ganz cool, aber sie ist gar nicht so leicht aufzutragen. Also, du hast halt an dem Bürstchen enorm viel Produkt, was du auf jeden Fall abstreifen solltest, weil du es ansonsten wirklich in den Wimpern drin sitzen hast. Ne? Da siehst du auch das ein oder andere Klümpchen. Also, es ist gar nicht so leicht damit zu arbeiten. Und man muss sich sehr viel Zeit dafür nehmen. Das Ergebnis finde ich aber wundervoll. Highlighter. Da habe ich hier von I Heart Makeup, I Heart, nee, von I Heart Revolution, diese kleine Palette. Das ist Rose Gold Glow Palette, die so aussieht. Und ich hatte die ja schon in meinem Kosmetikverlässehaut einmal so drüber gemacht und fand die umwerfend. Und habe auch nachher beim Videoschneiden meiner ganzen Videos, wo ich das drauf hatte, gedacht, voll der nasse, geile Glow Cloudy. Ja. Hier habe ich einen Highlighter-Pinsel. Dann gehe ich erst in diesen Rosi-Ton rein. Wir wollen es heute gerne etwas schön glowy haben. Und dann trage ich ihn mir auf. Der macht einen wundervollen, nassen Glow. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal bei Kosmetikvolles reinzuschauen, ich meine, das ist ganz einfach, www.kosmetikvolles.de, zack, schon hast du die Möglichkeit, da reinzuschauen. Guckt euch den mal an. Der ist, der ist so schön, ne? Das ist so ein schöner, nasser Glow. Das gefällt mir einfach richtig gut. Der ist zwar auffallend, auffällig, ne? Was man ja auch eigentlich ganz gerne hat. Aber der ist nicht so unnatürlich. Das sieht ja auch so ein bisschen aus, als wäre das, als hättest du einfach so schöne glatte Haut da, die das Licht reflektiert und dich in vollem Glow erstrahlen lässt. Und so glänze ich nass, glowy vor mich hin. Ach, ich liebe es, ne? Es ist so schön. Lässt einen richtig frisch aussehen, ne? Guckt euch die an. Die ist toll. Die ist wirklich, also, die gefällt mir. Ich brauche auch zu diesem Look nicht den goldenen Highlighter, da nehme ich wirklich nur diesen rosé-goldenen und das passt einfach so schön, ne? Jetzt fehlt nur noch ein Lippenstift. Da nehme ich einfach den von Look by Vipa Perfect in Sheer. Den Lipstick in der Farbe 080 Lovely Day. Den habe ich von der lieben Alina Jasmin im Tauschpaket gehabt. Und ich finde, der passt ganz gut zu dem ganzen Gesamtkonzept. Nochmal ein bisschen Fixing Spray. So jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Oh, 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 oh. Ich habe mein Augenbrauen-Highlight vergessen. Dann nehme ich halt auch diesen Rose-gold-Ton wieder. Setze mir den hier mit einem ganz normalen Blendepinsel einfach unter die Augenbraue. Und als Inner-Corner-Highlight setze ich mir den jetzt auch einfach nochmal drüber. Ach, ich glaube, ich setze mir den goldenen da auch noch ein bisschen drüber. Passt sehr schön zusammen. Heute lasse ich meine Haare mal im Dut, weil es ist wirklich warm draußen und da stören mich die Haare einfach. Ja, das ist jetzt tatsächlich mein fertiger Look. Zum Motto Cozy Pink. So, ganz grob. Also, mir gefällt es richtig gut. Und ich hole euch nochmal kurz näher dran, dann kannst du das auch von nahem sehen. Also, ich finde, das ist alles echt stimmig, ne? Die Palette gefällt mir jetzt so im Gesamtkonzept, wenn ich auch Augenbrauen und Wimpern und Eyeliner und so drauf habe, auch ganz gut. Sie ist ein bisschen heller als die Orchid Dusk. Also, sie kann vielleicht als Ergänzung gesehen werden. Aber wie gesagt, es ist kein Must-Have. Mir gefällt die Foundation richtig gut. Ja, die beiden Unteraugenprodukte, sprich Concealer und der Eye Brightener werden weiter wandern, denn hat mir nicht wirklich was gebracht. Ich finde, ich habe immer noch ein bisschen Augenschatten. Ich finde, dass ich deutlich bessere andere Concealer aktuell habe. Und ja, der Bronzer wird auch weiter wandern, denn man sieht nichts. Man sieht einen Hauch von dem Blush, was ich schön finde. Würde ich bei diesem Look auch gar nicht doller haben wollen. Von daher ist es super. Und ja, das ist der fertige Look. Ich hoffe, es gefällt euch. Also, ich bin hin und weg. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!